Und herzlich willkommen zu euch, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von TechnoMajor 23. Also nachdem ich im letzten Teil alle Siegel der Duna gebracht habe, hat sie ja gesagt, ich brauche noch Silbergraut. Wie kriege ich Silbergraut, die es noch nach dem goldenen Licht ausschalten? Dort kann ich den Schwestern beschwören. Das weiß ich, wie beschwimmt man den Schwestern? Man braucht Feengraut. Wie kriegt man Feengraut? Man braucht einen Bienenstachel und ähm Mentes-Silk. Gott, das haben wir daran sehen, den habe ich abgegeben. Jetzt bin ich hier und ja, die FPS wollen gerade über... What beautiful golden lights! So, du hast mich endlich gefunden! Du hast deine Zeit genommen, nicht wahr? Endlich! Ein anderes Gesture, den ich mit sprechen kann! Ich war ein bisschen Angst! Äh, Entschuldigung, ich bin kein Gesture. Ich weiß gar nicht, was ein Gesture ist. Ich bin ein Trieger und ein Trieger. Stimmt, was bist du denn eigentlich? Ein Trieger und ein Steamer? Ein Trie-Steamer oder ein Steetreamer? Wie würde man das kombinieren? Was? Du bist nicht ein Gesture? Kann ich mit dir spielen? Gut dann, da ist ein altes Gesture, der sagt, Wenn mit einem Gesture du immer konversen würdest, dann hast du seinen Namen nicht zuerst. Also, was ist mein Name? Ich habe es gesehen, da waren Buchstaben grün gewesen. Bin ich Salado? Na super, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Nein? Bin ich Karado, vielleicht? Nein? Also, ich bin Serido, bin ich? Ja, ich glaube, ich habe einen Er drin gesehen. Das ist richtig! Gut gemacht, du kennst meinen Namen. Also, zieh dieses Silberweid. Du hast es gewonnen. Und du hast auch den Duna-Test gewonnen. Genau. Obwohl ich nicht aufgepasst habe. Warum ist es wirklich der Fall, dass die leichten Rätsel mir schwer fallen und die schwierigen mir nicht? Wenn ihr mein Gesicht jetzt reden könntet. Oh. Ich weiß selber nicht mal, was ich für einen Plan habe. Alright. Silverweid used in shrinking potions. Wirklich, das war so eine Kleinigkeit, die grünen Buchstaben. Dass mir solche Kleinigkeiten überhaupt auffallen, das ist eine gute Eigenschaft bei mir, dass mir solche Kleinigkeiten auffallen. Und nun die Frage, kann es sein, dass ich an der richtigen Stelle ihn gefunden habe? Hätte es also auch sein können, dass ich bei den anderen Lichtern ihn nicht gefunden hätte? Könnte das der Fall sein? Wenn ja, habe ich nämlich doppelt Glück gehabt. Erstens, dass ich ihn am richtigen Ort finde. Zweitens, dass ich darauf aufgepasst habe, welche Buchstaben ich sehe, um seinen Namen zu erraten. Was für ein verdammtes... Oh. Du bist nicht ein realer Gestor, und... Okay, ich hätte ihn also überall beschwören können, weil er sich anscheinend auch überall hin teleportieren kann. Gut. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Falscher Weg. Falscher Weg. Alles klar. Also, jetzt können wir uns klein machen. Klein und fein. Und können in den... Können in die Fenestadt rein. Jetzt muss ich erst mal meinen Weg wieder zurück finden. Zu der Duna. Und das kann auch wieder, wie lange weiß ich, dauern. Ja. Der taucht einfach überall auf. Au. Der taucht überall auf. Bekleidet mich auf meinem Wege. Ich ist ein netter Gesell. Muss ich schon sagen. Nicht irgendwie sowas wie ein Trickster, hieß es zwar. Aber... Irgendwie... Ich mag ihn. Lustiger, quäliger, kleiner Kerl. Hm? Sei sympathisch. Was ist ein Chester? Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Sowas wie eine Art Cobra der Tricke. Der anderen Tricks spielt. Sowas in einer Art. Hm. Bin ich auf einem richtigen Weg? Jo. Bin ich. So. Bin praktisch spannend, was ich hier in der Fenestadt alles finden werde. Hoffentlich nur Freunde. Nichts, was mir weh tun will. Hm. Hier wundend bist du. Ja, servus. Ja, servus. Du hast auch den Silberweid. Das bedeutet, dass du deinen ersten Test übernommen hast. Und du bist jetzt willkommen in Tsar Jelen. Hier ist dein Schränke-Potion. Aber du kannst es nur nutzen, wenn du auf einer der Krescentsteine hier in der Forst. Du musst es nur dort benutzen. Ansonsten wird dir verloren. Ein Dwarf in der Forst. Ein Ant wäre größer als du. Und das soll was heißen. Aha. Deswegen stand bei dem anderen Dorf auch. Ich brauche ein bestimmtes Item. Wahrscheinlich diesen Trank, oder? Na gut. Oh. Erfahrung. Wunderbar. Was mache ich? Mehr Gesundheit. Machen wir mehr Magie. Jawohl. Bling. Hab ich es gegeben. Und ich habe sogar noch 16 mehr. Meine Frau sei. Ich verdiene mir was. Ich verdiene mir eine goldene Nase. Gute Frage. Ich habe jetzt gespeichert. Kann ich das jetzt benutzen? Smells like meat. Ich habe den nur einmal. Oder versteht das richtig? Ich probiere mal, ob ich nehmen kann. Kann ich nicht. Crescent Stone. Was ist, wenn ich jetzt... Könnte ich zu dem hinteren Dorf eigentlich zuerst gehen? Ich möchte es mal probieren. Es könnte nämlich sein, dass ich da sogar zuerst hin muss. Ich muss zwar von der Bürgermeisterin... Uh. Ich glaube, die habe ich übersehen. Denke ich mir, weil sie noch da standen. Ich soll zu der Bürgermeisterin, um mir einen Pass zu holen. Aber... Ich glaube, ich bin da von hinten durchgekommen, oder? Ich gehe jetzt einfach in die Stadt. Bevor ich jetzt wieder an den weiteren Kopf herandenke. Über Sachen, die gar nicht stimmen. Umso zu klein? Ja, umso zu klein. Umso zu klein. Wobei er mich zuerst will. 함께 an den kleinen Schwierigkeiten! Also... Sparieren wir noch mal. Und jetzt wird er getrunken! Wie heißt es auf japanisch, wie mein Bruder gerne sagt? Kanpai! Hallo, Mel. Es ist toll, dass du an den Kopf gefahren hast. Ich habe alle erzählt, wie du mir hilfst. Aber ich muss jetzt zurück zu meinen Bies kommen. Willkommen zu Zod Jelen! Du siehst schön aus. Ich liebe die Frauen, wo du von kommst. Wir können nicht viele Männer sehen. Und nicht viele davon sind so smart wie du. Warum spendest du nicht mit uns? Aber du musst Zinnevar, unsere Märiere zu besuchen. Ich hoffe, sie wird mehr als froh, dich zu treffen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meins, wollte man den Peter panen. Servus. Ich möchte eine schöne Sicht haben. Von deinem Hintertal? Habt ihr von unserer großen Stadt Jelen gehört? Es ist der schönste Ort in der ganzen Welt, ehrlich gesagt. Aber um Jelen zu erreichen, musst du den großen Riefer überraschen, welches, unfortunately, du kannst es nicht tun. Du kannst es tun. Jekyll, der Troll, der die Brücke guckt, wird niemand überraschen lassen. Das bedeutet, dass wir jetzt keine Besucher bekommen. Das ist ein Schade. Du würdest es wirklich lieben. Aber Zinnevar, unsere Märiere ist mit dem Problem. So. Gute Frage. Das ist wahrscheinlich das Haus von der Bürgermeisterin vermutlich mal. Aber ich schaue erstmal, ob ich hier noch Leute treffen kann. Achso, verstehe. Das sind Eicheln. Für sie sind das natürlich schon kleine Bäume. Mhm. Jaja, ich habe ja noch genug Zeit, mich dann umzuschauen. Äh, darf ich bitte? Dankeschön. Jep, jep. Äh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Klopf, klopf. Der Melvin ist da. Servus. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Hm. Guten Tag. Ich möchte gehen zur Bürgermeisterin. Willkommen, Melvin. Mein Name ist Zinnevar, die Märiere von Tsar Jelen. Ich habe gehört, dass Sie sehr interessiert sind in unserer Leben und Geschichte. Und Sie würden sogar helfen, uns mit einigen unserer aktuellen Probleme zu helfen. Das ist sehr schön von Ihnen. Und in Bezug auf meine extensive Bibliothek ist immer an Ihren Bezug. Ich habe ein sehr gutes Buch über Jackal, unser Bridge Trail, zum Beispiel. Er hat meistens uns gegen ungelegenen Besitzer. Aber in dem Moment, er scheint, dass er verrückt hat und nicht jemanden durchlaufen hat. Aber vielleicht können wir erst mit den wichtigsten Themen beginnen. Marina schaut nach unseren Plänen hier in der Stadt. Sie braucht frisch, geschlossene Wasser, um ihre Saplinger zu sterben. Bitte, helft sie. Aber nicht vergessen, dass wir hier nachher zurückkommen, damit wir unsere Gespräche fortsetzen können. Okay, kurzer Einwurf. Wer hat bitte gesagt, dass ich mich eher für die Geschichte und so interessiere und dass ich unbedingt helfen will? Ich meine, Sie haben zwar Sachen über mich gehört, aber das muss nicht unbedingt alles genau so stimmen. Und ich habe jetzt anscheinend viel, was ich lesen kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, the story of the trolls in the fairy forest. Would you like to know how Jackal came to the fairy forest? Okay, natürlich. Jackal is just one of a long line of bridge trolls, who have always been in the fairy forest. The bridge trolls, job together with the fairy princess, is to control access to the inner forest. And hence to Chelan. So Jackal is the guardian of the bridge and protector of the fairies. All in one. If he doesn't like someone, he will refuse to let them over the bridge. But to enemies of the fairy folk, he has been known to do worse. As dwarves have short views and are easily excitable, the fairies play the troll a melody on the harp each day to soothe him. Seht ihrs? Seht ihrs? Das habe ich wieder verschwanden. As far back as anyone can remember, playing music on the bridge has always been part of fairy culture. When one bridge troll dies, of old age, a new troll takes over overnight. Though one really knows how this close relationship between the fairies and the trolls came about. All that is known, is that there must be a magical link between the trolls and the harp in front of the bridge. I hear music and I think, oh, I'm so peaceful and zahm. Is this the same? Yeah, it's the same. Good. Egal auf welcher Seite ich leser, it's the same story. A book. It's just a book. It's not a fair book. It's just a book. Okay, here. Dennevar may rest assured with these on fairy gold. Would you like to read it? Ah yes. Mentis silk threads are a very useful raw material in many ways. You can make many wonderful things from them, such as our amazing fairy gold. You need fairy gold to collapse the jester of the fairy forest, to make fairy gold along with mentis silk. You need a bee sting. If you give both of these to a friendly fairy, she can make gold from them. But not all fairies have the right or knowledge to make fairy gold. Moment. Sie hatte zwar das Wissen, aber hatte sie dir auch die Erlaubnis? Habe ich mir etwa illegalerweise hier Silberkraut geholt? Es sieht nicht so, wonach es aussieht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Okay, das habe ich schon gelesen. Gut. Jetzt war die Musik aufgehört. Die ist ein bisschen zu ruhig für meinen Geschmack. Hm. Haben wir hier noch was? Oh, Schränke. Schränke. Moment mal. Das sind jetzt aber Feenmünzen. Das heißt, wenn ich wieder normal groß werde, werden auch diese Münzen winzig bleiben. Ist das dann Wechselgeld? Oder? Ich weiß, es ist wieder so eine Logikfrage, die nicht wichtig ist. So. War ich hier schon gewesen? Sinifers Note on the Chester. Würdest du sie lesen? Ah, ja. Meine Eltern erzählten mir Geschichten über den Chester. Ich denke, unser Chester ist der einzige von seinem Kind in all Gothen. He is usually hiding somewhere in the wood, behind sparkling golden lights, which are designed to make anyone visiting the wood, who does not know what they are curious. But you can only see the Chester if you have some fairy gold. To summon him, you must throw the fairy gold at the golden lights. And fairy gold is not easy to find. So the Chester is another protection for us, because he alone gathers the valuable silver weed, without which no one could get into our towns and villages in the trees. Ja. Und wenn er nicht reinkommt, dann gibt's auch noch die Option, sie zu zerstören, oder? The Story of the Tree Guardians. Would you like to find out more about how the Tree Guardians came into being? Ah, ja. Like the Bridged Roads in Chester, the Tree Guardians have always been an established part of the forest. Above all, they guard the entrances to the fairy towns and villages with no weapons or defenses of their own. Sometimes, the Tree Guardians only use their strong branches to hide the crescent stone runes at the entrance to the fairy villages. But sometimes, these trees shake off like ripe ripe fruit. Unwanted guests, who want to climb them to enter the heart of the fairy kingdom. But, if the trees have been weakened by storms or by a lack of water, members of other races sometimes get a glimpse of the wise face of the old guardian. So wie in meinem Fall, hä? Gut, ich soll also, was sind meine neuen Quests? Get some fresh water for Marina. Okay. Und wo soll ich jetzt bitte frisches Wasser herkriegen? Es hieß doch, es ist knapp zur Zeit, oder? Never, never, never. Gut, ich würde mal sagen, ich schaue mal noch den Rest des Dorfes an und dann wird es wieder mal ein schöner Schusswindbad, ne? Erstmal schauen, mit wem ich noch alles reden kann. Mit der habe ich geredet. Habe ich mit dir geredet? Ich glaube nein. Oder? Hi, you're new here, aren't you? Have you heard we're having our big fairy beetle races again this afternoon? Everyone here is really excited. The competitors are already tuning their racing beetles up like world champions. Have you ever seen a racing beetle? No? Then you've got to join our race. We'll find you a beetle. Go on, go over to Cinevere and get your entry permit. I'll wait for you here. Warum klingt jede Fee so, als wolltest du mich in ihr Bettchen kriegen? Ganz ehrlich. Das ist wahrscheinlich jetzt nur meine auditive Wahrnehmung, aber dennoch, die haben immer so einen gewissen Unterton. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hm? Ach, komm doch mit zu unserem Rennen. Wie finden die einen Käfer? Ich glaube, bei mir hat sie gerade eine Raupe verehrt. Brrrr. Ei, ei, ei. Ich soll mir eigentlich hier eine Einladung holen für das Rennen. Aber anscheinend gibst du sie mir erst... Ja, ja, ja. Anscheinend gibst du sie mir erst, wenn ich hier das Wasser gebracht habe. Beziehungsweise wenn ich der Merina geholfen habe. Na super. Wo soll ich denn das Wasser herkriegen? Ich meine, ich habe überall Wasser gefunden, aber wo soll ich das Wasser aufbewahren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Eistauber. Kann ich nicht einfach das Eis, was sich der Zauber schmelzen? Das wäre doch eine Option, oder? Mit dir habe ich gesprochen, oder? Du siehst nett. Ja, genau, Priona. Genau, genau, genau. Die beneiht mich sicher, sicher. Also, endlich hat jemand die drei Ziele gesammelt, die diese frivolösen jungen Frauen in der Forst verloren verloren, und bringe sie zurück in Duna. Hoffentlich wird das sie ein bisschen schmerzen. Sie hat sehr kalt gewesen, seit der Zaubergeber zurückgekehrt. Ich glaube, ja. Na, sehen, was haben wir denn hier? Moment, was? Oh, da haben wir da eine Harfe. Vielleicht kann ich mir hier eine... Vielleicht kann ich mir hier was ausleihen. Hm? Dann sowas wie ein Reparatorstück für die Harfe unten. Die hat ziemlich groß ist. Häh! Nein! Das wollte ich nicht machen, aber ich sehe da eine Feen mit einer Harfe. Vielleicht kann sie mir sagen, wie ich das reparieren kann. Ach so, aber ich muss ja ganz fertig nochmal laufen. Echt jetzt? So, lass mich einfach... Lass mich einfach vorbei! Dankeschön! Sapperlotte! So! Guten Tag! Der Melvin hier! Und hier ist anscheinend niemand. Schränke sind hier. Guten Tag! Empty! Guten Tag! Gold Coins! Danke! Hier noch etwas. Mein Radar... Schrauben und Schrauben oder Hain die Harfe. Nichts du zu finden! Geh! 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 Juhu! Hm! sind nicht doch von da bin ich doch nein da war ich doch nicht drin gewesen und was haben wir denn hier eine falltüre fallen wir mal ok ok da hier dann rein geraten ein geheimnis free items und die vermied das sind tausendfüßler oder hundertfüßler das mit ich glaube das sind hundertfüßler die sind ein bisschen gut für tausendfüßler wenn ihr mich fragt da sollten die mal wahrscheinlich ein bisschen mal hundertfüße in die hand nehmen beziehungsweise ihre 998 oder das muss man aufteilen ihre 500 füße in die 500 hände nehmen und dann sich fertilisieren wo bin ich hier auf der karte bin ich hier reingekommen ich habe keine ahnung interessant ich bin einfach nur mal in einer schnauze gefolgt und habe interessante sachen gefunden wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich hätte mir eine gesagt ja befreie mein haus von der von der insektenplage jetzt habe ich es vorher getan kann ich das kann ich das kaputt machen nein nichts kaputisieren nein schade könnte sowas wie ein restaurant oder eine haus gastwirtschaft gewesen sein wenn ihr mich fragt so hier geblieben ausgewählten opa und der der ruf für schocken mtv und kreuz mt schock in tortsch ins morgen ein small link pauschen demons winnens wenn ich damit fertig bin so ich habe meine ich auch mal wieder bischen aufgefüllt ja feine das auch nicht oder doch wenn ihr mich fragt schon wo bin ich hier überhaupt okay von hier bin ich gekommen wo ist hier der ausgang gibt es überhaupt einen ausgang und ich muss es doch einen ausgang geben also normal wie fehlt irgendwie die musik irgendwie fehlt mir die musik zumindest das problem jetzt aufgehoben oder haben wir doch noch was komisch wieso kann ich dir die einige kann ich nicht so schön da ist was das will ich das ist es sind deutlich kann ich das werfen von weiter weg simple cross combat weapon bitte was ach das ist ein haupt item das ist gar keine waffe ich habe normales besser wofür aber zum glück bin ich zurückgegangen ansonsten hätte ich es nämlich übersehen so ich glaube ich habe ich jetzt alles also gehen wir wieder raus geben wir noch ich will es jetzt noch mit dem hafenhaus machen aber wer weiß vielleicht ich hier reingehen müssen ich mache alles in der falschen reinfolge einmal raus dankeschön so türe türe wo bist du so wie die haben schon besprochen dankeschön so auf dem hafenhaus ich sollte mein quicksafe machen nicht dass ich das jetzt alles noch mal machen muss habe ich mit dir gesprochen habe ich mit dir gesprochen habe ich habe das camp close to our village they are supposed to be so nervös dass they haven't left their tents for days what's care babies they can't just fly away from the goblins like we can aha normal sind also drin die trauen sich nicht raus interessant also habe ich niemanden gesehen den teil habe ich noch nicht erkundet ich glaube ich mache heute einfach diese ich mache heute das was das ein messer symbol brauchen sie ein messer im messer geht es besser ich glaube ich mache dem hat ein bisschen länger aber ich habe den deck ausgestatteten das wollte ich nicht wäre jetzt in dem fall eigentlich das schwert besser oder es ist im grunde pille palle was ich mir jetzt nehme ich will mir endlich mal wieder was können ich will mal was kaufen aber wo sind hier denn die läden ich sehe keine läden empty soll ich hier noch was finden oder anscheinend nicht gut oder auch ein schrank ha 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 da haben wir noch was sind oh servus nein die hafe darf ich nicht nehmen vielleicht passiert ja noch was gut das ist das ist wahrscheinlich so was wie eine schreinerei warte sein ein holz was mit einem messer geschnitten wird das kann doch gut sein wo ist jetzt noch mal das hafenhaus doch hoch ja gut so erstmal mit der ferien die ich hier gesehen habe und zwar ohne runter zu fallen so da bist du da bist du bist servus ich habe eine frage an dich darf ich bitte servus mein Name ist Aruna ich bin der Harpist und habe alle die Harpe hier in der Faerie Forst insbesondere die die wir meistens benutzen um den Brich-Trollen aber wir können das jetzt nicht machen und jetzt bin ich entschuldig zu sagen und alles weil diese mischiefsten Goblins die Harpe-Stringen haben die Harpe-Stringen verstanden ich kann nichts damit zu helfen weil ich wie ein Idiot habe ich vergessen wo ich meinen Knopf habe ohne den ich keine Stringen verstanden habe ich muss es vergessen wo ich es in der Stadt verstanden habe und um es zu kronen Gwen, meine Arbeit, hat sie verstanden seitdem sie in die Forst mit ihrem Tuning-Fork ging um ein Harpe-Stringen zu verstanden naja zumindest habe ich schon mal die eine Sache gefunden und zwar ohne überhaupt zu wissen was ich gefunden bzw. gesucht habe bitteschön groß, du hast meinen Knopf gefunden jetzt kann ich mich zu arbeiten und ein paar neue Harpe-Stringen machen aber ich brauche noch meinen Tuning-Fork um den Harpe zu verstanden, damit es auf Juckoole funktioniert so, dann lasst wir auf die Schraube und lasst es los also, bitte hm meine Wortspiele waren auch schon mal besser besonders auf Englisch was vielleicht nicht jeder versteht, aber manche sind halt wirklich auf Englisch machen sie mehr Sinn gut, wir brauchen also eine Stimmgabel darf ich da noch rein? kann ich mir was holen? Servus guter Gott, nicht wieder Aruna hat Probleme im Moment sie kann nicht ihre Knopf finden, um die Stringen zu verbrechen und Gwyn, ihre Freundin, ist weg glücklich, sie weiß nicht, dass ich ihre Knopf verloren habe du sie nicht erzählst, will du? guter Gott, nicht wieder Aruna hat Probleme im Moment gut, du hast meinen Knopf gefunden jetzt kann ich mich zu arbeiten machen ok gut, ich soll da jetzt also get some fresh water from the arena find a tuning fork and a knife for Aruna das Messer könnt ihr streichen könnt ihr cutten das hab ich nämlich schon gefunden und ja, meine Damen und Herren, den Rest werde ich jetzt oh, war jetzt doch ein bisschen länger geworden Rest werden wir jetzt wieder in der nächsten Ausgabe von Technomage sehen aber hey, schon wieder was in der falschen Reihen die Folge gemacht, aber eh manchmal braucht man wohl doch nicht das Wissen um etwas richtiges zu machen und ja, wenn ihr diese Ausgabe gefallen hat lassen sie es mich bitte wissen und bis dann ihr 93 Schovo I love to entertain you tschüss and watch ok goodbye